Stripexan Face Treatment Eine geballte 5-Phasen-Spezialbehandlung aus Enzymen und Aminosäuren, die eine tragende Rolle im Stoffwechsel aller lebenden Organismen spielen. Präbiotische Kosmetik-Wirkstoffe töten schädliche Bakterien ab und unterstützen die natürliche, hautschützende Mikroflora. Zu Beginn der Behandlung wird die Haut sorgfältig mit den Produkten von Clean & Active, entsprechend des Hauttyps, gereinigt und tonisiert, um Schmutzpartikel und Make-up-Reste gründlich abzunehmen. Club Cosmetics hat mit Stripexan eine kosmetische Hautpflege für die reife, zu faltenneigende Haut geschaffen. Der natürliche Alterungsprozess der Haut hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mit der Unterstützung von Wirkstoffen können Sie jedoch die Anzeichen der vorzeitigen Hautalterung minimieren. Der Antifaltenkomplex aus Registril unterstützt die natürliche Regeneration der Hautstruktur und steigert die Neusynthese von Bindegewebsmaterial. Eine Wirkstoffkombination aus verschiedenen Peptiden, Enzymen, den Vitaminen A, B, E und D, sowie Braunalge und dem Mondbohnenextrakt wirken dem Erscheinungsbild von Falten und Krähenfüßen entgegen. Im ersten Schritt des Treatments werden mit dem Enzym Clearing Peel abgestorbene Hautschüppchen gelöst. Natürliche Extrakte aus Zitronenöl und Papaya wirken weichmachend und bereiten die Haut optimal auf die Aufnahme der nachfolgenden Stripexan-Power-Wirkstoffe vor. Tragen Sie das Enzym Clearing Peel mit einem Pinsel auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Massieren Sie das Cream Gel mit feuchten Händen für ca. 10 Minuten ein und lassen Sie es für weitere 5-10 Minuten einwirken. Anschließend nehmen Sie das Peeling mit warmen Kompressen ab. Der nachfolgende Neutralizer. Ein leichtes Gel Tonic, bestehend aus Arginine, Hamamelis-Extrakt und Süßholzextrakt, zur Neutralisierung des Enzym Peelings, wirkt beruhigend, entzündungshemmend und extrem feuchtigkeitsbindend. Tragen Sie den Neutralizer auf die Haut auf, lassen Sie ihn 3-5 Minuten einwirken und nehmen Sie die Reste ebenfalls mit warmen Kompressen ab. Die nun aufgetragene Maske aus hauterneuernden Peptiden, Kaolin, Calendula, Vitaminen- und Mäusedornextrakt stimuliert den Entgiftungsprozess der Haut, wirkt venenstärkend und faltenglättend. Außerdem werden durch Blutung und Stoffwechsel der Haut angeregt und das Immunsystem stabilisiert. Tragen Sie die Maske mit einem Pinsel auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Lassen Sie die Maske für 15-20 Minuten einwirken, anschließend mit warmen Kompressen gründlich abnehmen. Während der Maske besteht die Möglichkeit, die Behandlung durch das Neck- und Dekolleté-Patch zu erweitern. Dieses wird während der Maske auf das Dekolleté aufgelegt und wirkt durch Quitten-Extrakt, Mangostin-Schalen-Extrakt und einer speziellen Süßwasseralge besonders hautstraffend und feuchtigkeitsspendend für den anspruchsvollen Hals- und Dekolleté-Bereich. Zum anschließendem Kühlen und Entspannen wird das feuchtigkeitsspendende Hydra-Gel sorgfältig in die Haut eingearbeitet. Dabei spendet hochkonzentrierte Hyaluronsäure tiefgehend Feuchtigkeit und füllt leere Depots wieder auf. Das abschließende Soft-Fluid glättet sichtbar Linien, Falten und Krehenfüße, wirkt gewebeschützend und entzündungshemmend. Um das Ergebnis der Spezialbehandlung zu intensivieren und nachhaltig zu unterstützen, empfehlen wir die Stripexan Heimpflegeprodukte. Die Intensivcreme pflegt die Haut optimal bei gleichzeitiger Verbesserung des Erscheinungsbildes von Linien, Falten und Mimikfältchen. Außerdem umfasst die Serie noch eine intensive Augenpflege. Deren speziellen Enzyme stärken, festigen und glätten die Haut der sensiblen Augenpartie. Augenringe, Schwellungen und Falten werden effektiv bekämpft. Abgerundet wird die Heimpflegeserie durch ein Vlies für den Hals- und Dekolleté-Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020